Grüß euch Leute, freut mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Denn ja, heute schauen wir uns ein bisschen Palmsop an, weil wir haben da jetzt gestern auf unseren, was war es, Fairlaunch Sale ein 5x gemacht. Und das ist eigentlich ziemlich gut. Kann man nicht leugnen, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich krass. Und ich möchte ein bisschen auf ein paar Punkte eingehen, weil ich hatte erst vorgestern einen Zoom-Call mit dem Bernd, der Co-Founder mit von dem Projekt ist. Und ich möchte noch auf ein paar Punkte eingehen bezüglich Altcoins. Und ja, das geht mal ein bisschen ruhiger an heute. Grundsätzlich mal richtig, richtig cool. Ich habe einige Leute schon irgendwie besorgt in meinen Nachrichten auf Telegram gehabt. So, ah, ich habe noch nicht verkauft und dies, das, Ananas. Und haben sie gut gemacht. Also das 5x habe ich persönlich nicht mitgenommen. Ich habe es beim Launch, beziehungsweise beim Fairlaunch das Sofa gehabt, direkt zu verkaufen. Und leider war das mit der Liquidität am Anfang noch nicht so die Granate. Und wer mein Video zum Beispiel kennt, wenn ich irgendwo schnell irgendwo bei einem Launch oder was auch immer kaufe, ich zeige euch das hier mal bei Moneta, das war auch so ein Coin, wollte ich direkt bei Launch kaufen. Transaktion war mir alles egal. Hauptsache sie geht durch. Fies hoch bis zum Unendlichkeit. Hauptsache das geht wirklich schnell durch. Und ich hätte hier aus diesen 3.500 Dollar, wenn die Transaktion durchgegangen wäre, hätte ich den Betrag, da ist es schon so schnell nach unten gegangen, die 2.800 Tokens mit 4 Dollar jeweils verkaufen können. Also ich hätte hier aus 3K 10K gemacht, weil ich einfach schnell probiert habe, dass die Transaktion durchgeht. Bei Puntrop war es leider so, dass ich meine Tokens auf diesem Wallet hier verkauft habe, gleich bei Launch, komplett egal was passiert, einfach Token, Max drücken und Sell, habe ich ein BNB rausbekommen. Bei einem Account, wo ich 9 BNB reininvestiert habe, ein Viertel davon sind knapp über 2 BNB, die ich ja Break-Even rausnehmen hätte können. Ich habe ein BNB rausbekommen. Ist halt so, das ist mein Fehler gewesen oder ist halt mir so passiert. Und aktuell bekomme ich für diese Token mehr als 50% von meinem Investment. Also wir haben das richtig krass gemacht. Ein Viertel von der Token springen wir aktuell über die Hälfte meines Investments zurück. Gratuliere an alle, die gehalten haben, weil es halt, boah, habt ihr ordentlich gut gemacht. Gains im Bärenmarkt, so war glaube ich dieses Bild von mir im Video, wo ich Palmsoft zum ersten Mal vorgestellt habe. Ja, und ich möchte euch ein bisschen was zu meiner Research sagen, zu diesem Projekt. Weil, ja, Research ist so immer so das Allerwichtigste. Bevor ich nämlich irgendwo ein Video drüber mache, so mit, okay, Altcoin, 10x und keine Ahnung was, schaue ich mir wirklich viel an. Also wirklich, wirklich viel. Und ich habe viele Leute, die ich noch aus dem Krypto-Bekanntenkreis kenne, von ein paar Jahren zurück, gefragt, hey, kennst du den Bernd, hey, kennst du diesen Mertkan, den ich auch irgendwie nur einmal bisher in so einem Video kurz gesehen habe, wo sie den Launch verschoben haben. Kennst du dies, kennst du das, kennst du jenen, was kannst du mir über diese Leute sagen und, und, und. Dann habe ich mir angesehen, okay, passt, welche Möglichkeiten gibt es, haben die da irgendwo ein Impressum drin und dies, das, andern. Also das, was halt alles irgendwie mit dazu gehört, wenn ich wohl wissen möchte, wo ich mein Geld investiere. Und das hat einfach gepasst, das hat gut ausgesehen. Ich war damit eigentlich recht zufrieden mit dem, was ich an Antworten bekommen habe. Ich habe auch über den Mertkan, den wahrscheinlich die wenigsten von euch irgendwie nur namentlich kennen, nichts Schlechtes gefunden. Beim Bernd bin ich mir auch ziemlich sicher, dass der das ganz ordentlich macht. Wir hatten ja einen Zoom-Call, den allerersten, ich glaube, das war gleich auch der auf Video. Und ja, das hat gepasst. Die Research war für mich dann auf jeden Fall erledigt, weil ich auch mit DYDX verglichen habe. Und das Potenzial ist definitiv da, wenn wir im Bärenmarkt so ein Projekt suchen. Und das ist auch irgendwie so die Challenge, ein Projekt zu finden im Bärenmarkt, was halt richtig gute Gains bringt. Wer es vergleichen will, ich habe dir hier das Cruisify-Video gestern hochgeladen mit meiner kompletten Buchhaltung. 188% meines Investments habe ich da jetzt, also aus knapp 7.000 Dollar, 13.000, und irgend so was war. Sie müsstest, ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall gut, kann man nichts sagen. Palm Swap hätte ich jetzt nicht verkauft schon, wäre noch besser. Aber es gibt da so ein paar Punkte, wo ich halt echt mal ein bisschen reden muss, weil ich bin nicht so happy mit dem Ganzen. Nicht aufgrund dessen, weil ich die Gains ausgelassen habe, weil ich es schon verkauft hatte, sondern es betrifft so die Zeit von diesem Launch. Der Fair Launch, ich habe mich hundertprozentig hoffentlich klar ausgedrückt, war ich absolut nicht zufrieden damit, dass wir da irgendwie jetzt eine Verzögerung drin haben, um sechs Tage verlängert sind und, 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 und. Also das war wirklich eine Katastrophe, muss ich mal sagen. Und jetzt suche ich euch mal ein paar Passagen raus, möchte es einfach mal reflektieren, weil ihr müsst euch eins vorstellen, da kommen neue Leute in meine Telegram-Gruppe, die eigentlich unsere Telegram-Gruppe ist. Es kommen da irgendwelche Leute rein, die schon länger nicht mehr online waren, die immer online waren und bei Projekten nicht mitmachen. Und das Projekt, wenn ich meine Research mache, dann ist es für mich ein legites Produkt. Ich habe da selber 3.000 Euro investiert. Mein Maximum, was ich immer so in Altcoin stecke, sind so 5K, egal was ist, weil ich habe da meine Fehler gemacht und sehr, sehr viele fünfstellige Summen verbrannt. Und das ist so mein Maximum. Und mit 3K bin ich da mit der Hälfte rein, was zum Beispiel in Grizzly reingegangen ist. Hätte man jetzt umkehren können, hätte ich mehr Gains gemacht. Aber auf jeden Fall, ich bin da, ich bin da ja selber drin. Und wenn ich meine Research mache und da mein Geld reinpacke und ein Video drüber mache, ist es so. Und hoffentlich ist es auch jedem bewusst. Und ich bin auch froh, dass jetzt ein paar Leute aufmerksamer geworden sind, dass wir hier im Kryptomarkt sind und Hey, Risk Assets kaufen oder irgendwelche Shitcoins teilweise. Und was dann halt nach dieser Verlängerungsankündigung in den Chat kam, war halt so das, ah, das nimmt mir so wirklich den ganzen Spaß an dem, was wir hier machen. Und zwar sowas wie, Didi, da hast du uns aber ein nicht seriöses Projekt empfohlen. Oder was war noch? Sechs Tage. Was für eine, hm, wegen der Sechs-Tage-Verlängerung. Aber das ist Betrug, was gerade passiert. Hoffe, Didi verabschiedet sich vom Projekt. Sowas darf man nicht mehr supporten. Na, was glaubt der, was er da macht? So, wie der CEO, weil er verlängert hat. Leute, es gibt halt nur einen Ehrenmann, Didi, so auf, hm, hast du uns scheiße eingebrockt. So interpretiere ich das halt. Äh, es ist Betrug, Punkt. Darauf musste man, auf was soll man warten? Bitte sei etwas kritischer, ansonsten machst du dich lächerlich. Weil ich habe einfach gesagt, aber mal abwarten, weil, es passt ja, solange die auch in sechs Tagen launchen. Ich kenne Projekte, die verschieben um Wochen, um Monate. Und da haben wir sechs Tage verlängert. die Ausrede, ganz klar nochmal meinerseits, von diesem Audit oder was auch immer diese Verspätung war, fand ich nicht gut. Fand ich nur einen Einwand. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die vielleicht ein bisschen mehr Cash wollten, aber, ist halt so. Dann haben sie halt verlängert. Ich bin nicht zufrieden gewesen. Ich war der Einzige, wahrscheinlich, der aber sachlich geblieben ist. Ein paar Leute waren eh korrekt in dem Chat. Aber, wir sind hier in der Telegram-Gruppe und ich möchte hier eine seriöse, auch wenn wir Shitcoins manchmal kaufen, ich möchte hier so einen seriösen Umgang haben. Ich möchte hier wirklich positiven Import, konstruktive Dinge und wahrscheinlich die, die sich am meisten aufgeregt haben, waren die, die unter 100 Dollar reingehauen haben, wahrscheinlich. Und die, die ein bisschen mehr reingehauen haben, die waren wahrscheinlich ruhig und haben es einfach mal akzeptiert und geschaut, dass das Beste dabei rauskommt. Aber, ihr macht dem Projekt und euch selber keinen Gefallen, wenn ihr irgendwie reinschreibt, ah, Scam, Scheiße, Betrug und Schimpfwörter reinhaut. Und ich habe, glaube ich, fünf Leute aus der Gruppe rausgekickt. Und den einen, den haue ich jetzt sowas von aus der Gruppe, weil sowas möchte ich absolut nicht mehr drinnen haben. Das, das bringt uns allen nichts, weil erstens neue Leute den Token nie kaufen würden. Im Endeffekt haben es wahrscheinlich sehr viele Leute jetzt gemacht. Aber, das ist, das ist mein Schaden. Ich mache meine Investments ja auch ohne Videos. Ich, ich muss das nicht machen. Ich habe Freude dran und ich muss einmal noch hundertprozentig ein riesen Danke an euch aussprechen, weil diese Möglichkeiten, die ich persönlich habe, dass ich auf einmal mit CEO und Co-Founder und sonst wohin einfach quatsche, weil ich einen YouTube-Account habe, wo viele Abos drauf sind, das öffnet mir so viele Türen, wo ich meine Recherche machen kann, wo ich quatschen kann mit den Leuten, mir einen Eindruck von diesen ganzen Leuten dahinter machen kann. und den teile ich auch unglaublich gerne mit euch. Ich bin manchmal so nervig zu irgendwelchen Leuten und sage Video, 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 weil ich Infos rauskratzen will, weil auch ohne YouTube, ich habe ja davor auch nicht irgendwie mit Krypto erst angefangen, sondern meine Aufgabe war immer, schaue mir Projekte an und alles, was in meinem Rahmen ist, tue ich halt und schaue, ob das irgendwie Potenzial hat. Mit einem YouTube-Account, wo 8000 Abos drunter stehen, da denkt sich ein CEO von irgendwo auch, oh, okay, ja, machen wir einen Zoom-Call, machen wir ein AMA, machen wir mein Projekt bekannt. Und dann bin ich halt auch richtig nervig, ich frage richtig dumme Sachen, ich will da alles wissen und zum Beispiel Grizzlyfy bin ich auch nur in die Gruppe gegangen, weil ich gefragt habe, hey, ich habe da eigentlich gar kein Impressum, was ist das eigentlich? Und dann kam ich mit Gregorians quatschen oder bei Crowdswap, da war ich auch so, hey, dies, das, Ananas und dann hat sich der Founder Zeit genommen und ich konnte mit ihm richtig cool quatschen, habe gemerkt, dass er auf einem technischen Level das richtig gut passt und was haben wir gehabt? Ein 2x circa so für eine längere Zeit, wo jeder hätte verkaufen können, ich habe auch reingeschrieben, bei 140% meines Investments habe ich Teilverkäufe gemacht und, und, und. Also, richtig cool, dass ihr mich da unterstützt, richtig cool, dass ich durch euch diese Inputs überhaupt erreichen kann, diese Infos rausziehen kann, weil ich investiere da und wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwo zu recherchieren, ey, der YouTube-Account war das so das beste Tool dafür und, äh, ist wie meine Visitenkarte im, im Krypto-Bereich, äh, habe ich so das Gefühl und richtig cool und darum, bitte einfach in Zukunft, ich habe dann, einfach weil es damals noch lustig war, eine Umfrage gemacht mit, äh, soll ich den Chat überhaupt offen lassen in der Zeit, weil, weil so viel gehatet wurde da drinnen, dass es mir eigentlich schon bedrückende, so, dass mich eigentlich schon ziemlich bedrückt hat, muss ich sagen, weil, pff, ist halt uncool, wenn du da jetzt ein paar hundert Leute in die Scheiße reitest, ähm, weil du halt selber irgendwie das Produkt überschätzt hast oder die Leute überschätzt hast und dann, dann, also ich konnte nicht gut schlafen, ich weiß nicht, wie es euch ging so, aber ich konnte nicht gut schlafen, obwohl mir 3000 Euro egal sind, die, die hau ich weg, das ist mir egal, aber nicht, wenn ein paar hundert Leute dann sagen, hey, du, du warst das, der Kacke gebaut hat und drum bitte in Zukunft das ein bisschen, äh, ja, jetzt sind wir eh alle geohrfeigt, ne, also in Zukunft einfach daran denken, hey, vielleicht mache ich nicht 10.000 rein, sondern 50 Euro, weil mit diesen 50 Euro, wenn ich die verliere, ich kann trotzdem tanken und alles passt und bei 10.000 Euro ist das schon so ein kapitaler, äh, Insolvenzgrund, ja, das wollte ich noch gesagt haben und, äh, dann, dann passt das eh, ich meine, die Gains haben wir, teilweise, ich nicht, ähm, das hat mir auch der Armin dann geschrieben, er hätte am Höchstwert gestern mit 25% seiner Tokens 20% aufs Gesamtinvest Profit ziehen können, ja, das kann sich eh jeder ausrechnen, ist halt schon ziemlich krass, wenn der so ein 5x macht, aber, ja, easy, das wollte ich gesagt haben und jetzt noch ein kleiner, äh, Sneak Peek, weil ich hatte ja mit Bernd einen Call, ich habe ihm auch gesagt, das ist inhaltlich am Anfang auch ähnlich gewesen wie bei den Grizzys, ich habe mich da mal entschuldigt für das, dass ich so eine Dump Community habe oder eine, eine, eine Einstellung zu den Projekten, dass ich, die Leute, die mir halt folgen, irgendwie so schnell, wie man mich in Profit bringen will und, äh, dass da auch kein persönliches, äh, schwarzes Wölkchen über uns ist in, in der Kommunikation und so und, äh, beim Bernd hat das akzeptiert, das hat gepasst, ist eh klar, der hat uns ein bisschen hops genommen mit der Liquidity am Anfang, aber, so ist halt das Spiel, ist alles ein unregulierter Bereich der Kryptomarkt, da kann passieren, was passieren kann, auf jeden Fall habe ich so den Bernd ein bisschen, äh, gefragt, so, was so die nächsten Steps sind und er hat mich auch so ein bisschen gefragt, wie das so verbesserungs, äh, würdig oder was er so verbessern kann mit der Kommunikation und so und er hat mir auch gesagt, er hat sich schon ein Mikro bestellt, also da wird schon ordentlich was kommen in die Richtung Kommunikation und Education und was auch immer, also die, die Sachen, die wirklich wichtig sind, werden umgesetzt, das freut mich mega über das Projekt und was hat er noch gesagt, genau, Mainnet Launch, das haben sie ja verschoben mit diesem Trading Ding, weil, wenn du so einen Launch hin, hin landest mit einer absoluten Bruchlandung, dann strapaziert das, glaube ich, alle Leute im gesamten Projekt und sich dann einfach mal so ein bisschen Päuschen zu nehmen und sagen, okay, wir verschieben das drei Wochen, easy, passt, ist verständlich für mich, habe ich da absolutes Verständnis für und sollen sie das verschieben, passt, der Launch ist vorüber, Gains sind für jeden jetzt auszahlbar, wer noch Tokens hat, Bombe und was halt noch so ein Punkt war, den fand ich halt richtig, richtig gut ist, dass der Bernd auch gesagt hat, jetzt ist halt auch dann so schnell wie möglich, irgendwie vor diesen ganzen Vesting Period Endings, muss der Trading Content ballern, also ich werde jetzt keine Werbung irgendwie fürs Trading machen, ich bin zum Beispiel bei BitGet mega happy, Demo Account machen und ohne Risk, so meine Empfehlung für jeden und er hat gesagt, wenn da jetzt natürlich viel getradet wird, ganz am Anfang und einer hat eh mal gerechnet, was da Trading Commissions anfangen könnten, dann wäre es halt echt heftig, wenn auf das kleine Volumen aktuell noch Buybacks drauf kommen und das ist jetzt so das Ziel, das hat er mir auch so kommuniziert, finde ich richtig gut, dass sie jetzt drauf hoffen oder drauf hinarbeiten, dass jetzt dann Trading passiert, dass Volumen passiert, dass Umsatz passiert, dass Gebühren anfallen und das Buyback und Burn zündet, weil auf einmal, wenn der Kurs grün ist, jeder wollte am Anfang nur noch raus, raus, raus und jetzt wo der Kurs grün ist, so boah, ja okay, boah, vielleicht halte ich doch ein bisschen länger und vielleicht lasse ich das noch mehr im Staking und ah, bimamo, ja, das ist halt cool und wenn das natürlich so aufrechterhalten wird und das ist hoffentlich dann die Quintessenz von dem, was mir der Berg gesagt hat, könnte es cool werden, also so ein 1000x wie von Kevin Beutler, das glaube ich jetzt nicht oder wäre natürlich zu schön, aber ja, ein paar Games sind drin, wer, wer noch hudelt, Respekt, du hast wirklich Eier, ich würde es spätestens jetzt verkauft haben, wahrscheinlich sogar gestern, darum, das waren halt noch so Worte, die mir wichtig sind, beim nächsten Mal, wo irgend so ein Verhalten in der Gruppe ist, ich bin absolut kein Freund davon, dass man Kritik totschweigt, dass man Kritik zensiert in den Telegram-Gruppen, es gibt genug Coin-Projekte, wo du direkt aus der Telegram-Gruppe rausgekickt wirst, sobald du nur eine Nuance an Kritik drinnen hast, aber wenn dann wirklich bei mir in der Gruppe so ein 100% Toleranzbereich ist und dann jemand mit Schimpfwörtern daherkommt und sagt, das ist Scam und dies und ich suche deine Adresse und mimamo und wir haben ein paar Leute privat geschrieben, dass da Probleme geben wird für mich, da lösche ich halt das aus Telegram oder da haue ich Leute raus, weil die brauche ich erstens 0, 0 in meinem Umfeld und jetzt sind wir schon bei 17 Minuten, wir beenden das jetzt einfach, weil ich könnte da noch eine Stunde drüber reden. Wir sehen und hören uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich hoffe, du konntest das Ganze hier mit Profiten bisher nutzen und ja, wir hören und sehen und ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao.